Die Roma werden diskriminiert, seit sie vor einigen Jahrhunderten in Europa eintrafen. Und auch heute noch stoßen sie auf Probleme. Mitunter müssen sie ihre ethnische Zugehörigkeit sogar verheimlichen, um einen Arbeitsplatz zu bekommen. Wir haben festgestellt, dass Umfrageteilnehmer in Ungarn sich entscheiden mussten, entweder Ungar oder Roma zu sein. Beides zusammen konnten sie nicht sein. Die Kommission hat erhebliche Fortschritte bei der Aufstellung politischer EU-Initiativen zur Förderung der Integration der Roma erzielt. Und alle EU-Mitgliedsstaaten haben nationale Strategien zur Integration der Roma ausgearbeitet. Aber es bestehen weiterhin zahlreiche Schwachstellen. Das benötigte Mittelvolumen. Fehlendes Augenmerk bei der Bekämpfung der Diskriminierung und des Antiziganismus und die Notwendigkeit einer aktiveren Einbindung der Roma selbst. Wir unterbreiten eine Reihe von Empfehlungen, die zusätzliche Bemühungen sowohl auf Seiten der Kommission als auch auf Seiten der Mitgliedsstaaten erforderlich machen. Ich möchte nur auf zwei näher eingehen. Erstens sollten die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass Mittel des Europäischen Sozialfonds für Maßnahmen zur sozialen Inklusion mit oder ohne Bezug zur Beschäftigung verwendet werden können. Rechtssicherheit in dieser Frage ist von großer Bedeutung für die Roma-Integration. Zweitens sollten Kommission und Mitgliedsstaaten gemeinsame Methoden für die Erhebung von Daten zur ethnischen Herkunft entwickeln, mit denen die soziale Inklusion verfolgt werden kann. Dies sollte unverzüglich geschehen, was entscheidend ist. Die Daten sind unzuverlässig. Daher wissen wir nicht, wie viele Roma-Unterstützung brauchen und welche Art der Unterstützung sie in welcher Höhe benötigen. Nichts davon wird über Nacht geschehen. Selbst wenn alle von uns aufgezeigten Hindernisse und Dilemmata beseitigt sind, wird es immer noch zwei bis drei Generationen dauern, bis sich die Verbesserungen generell durchsetzen.